Der von der Bundesregierung eingesetzte Runde Tisch gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern hat mit der Arbeit begonnen. Das Gremium, das sich zur Stunde im Familienministerium trifft, will über Hilfen für die Opfer beraten und vor allem auch darüber, wie Missbrauch künftig verhindert werden kann. Mit dabei sind Juristen, Mediziner, Vertreter von Kirchenschulen und Vereinen. Gleitet wird die Runde von den Ministerinnen Schröder, Schawan und Leuthäuser-Schnarrenberger. Und dort ist unsere Kollegin Michaela May. Michaela, was genau ist denn von diesem Runden Tisch zu erwarten? Ja, das ist ein großes Fragezeichen, was wirklich zu erwarten sind. Die Pläne sind sehr groß. Die Ministerin hat ja gerade eben noch einmal klargemacht, sie wollen also die Vergangenheit aufarbeiten und gleichzeitig auch Regelwerke finden für die Zukunft, um Kindesmissbrauch zu verhindern. Die Arbeit des Runden Tisches hat in diesen Minuten begonnen und es gibt aber auch schon Kritik an der Arbeit, vor allem auch an der Zusammensetzung des Runden Tisches. 60 verschiedenste Vertreter, verschiedenste Organisationen sind ja dort, aber es gibt welche, die sagen, wir sind nicht dabei und das finden wir nicht in Ordnung. Netzwerk B ist das Stichwort. B steht für Betroffene und bei mir ist Norbert Dennef, der Chef dieses Netzwerkes. Hallo, schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Herr Dennef, Sie sind selber Missbrauchsopfer im Rahmen Ihrer Ministrantenzeit bei der Kirche, haben Sie so etwas erleiden müssen. Und Sie sagen, es kann nicht angehen, dass wir, dass ich mit meinem Verein da nicht am Tisch sitze. Wie ist es denn gekommen, dass Sie da gar keinen Gesprächsfaden gefunden haben mit dem Ministerium? Das war bisher immer so in der Vergangenheit, dass man immer über die Opfer, über die Betroffenen gesprochen hat und nicht mit ihnen. Das ist ja neu und das ist auch neu, dass sich Betroffene zusammengetan haben in einem Netzwerk, Netzwerk B, um jetzt sich nicht mehr vertreten lassen zu wollen, sondern sich selbst zu vertreten. Das heißt, wir sind die Experten. Wenn die Experten nicht mit ins Boot genommen werden bei so einem runden Tisch, dann kann das nichts werden. Das heißt also, bisher in der Vergangenheit, für die Katastrophe, die wir uns jetzt anschauen, sind die verantwortlich, die da jetzt am runden Tisch sitzen. Und wenn solange nicht die Betroffenen auf gleicher Augenhöhe miteinander reden, kann das nicht werden. Also um mal klar zu machen, also am runden Tisch sitzen Verbände, wie zum Beispiel der Weiße Ring, der ja Opfer vertritt, auch Lehrerorganisationen, Kinderschutzbund. Aber Sie sagen halt, es muss darüber hinausgehen, weil das sind ja sozusagen nicht diejenigen, die wirklich wissen, was passiert ist. Ja, es ist eine neue Situation entstanden in den letzten zwölf Wochen, dass sich immer mehr Betroffene, immer mehr Opfer gemeldet haben. Lautstark, auch die, die keine Beweise haben. Wie gehen wir mit denen um? Ja, und das heißt, wir müssen mit den Betroffenen auf gleicher Augenhöhe, betone ich nochmal, auf gleicher Augenhöhe, müssen wir bereit sein, als Gesellschaft mit denen zu sprechen. Und nicht immer von oben herab. Das heißt, bisher sind die Opfer klein gemacht worden, zum Schweigen gebracht worden, per Gesetz. Das müssen wir ändern. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Verjährungsflüsse im Zivilrecht aufgehoben wird. Ohne wenn denn aber rückwirkend, so wie es jetzt nach der neuesten Umfrage 87 Prozent der Deutschen fordern. Das heißt, die Politik ist gefragt. Also wir werden sehen, wie die Diskussion am Rundentisch läuft. Sie werden sich sicherlich weiter kritisch begleiten. Erstmal hierhin, bis hierhin herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und ich gebe zurück mit diesem Interview ins Studio. Ja, vielen Dank für diese zusätzlichen Informationen. Michaela May.